Das ist komplett eine Länge. Wir zumachen die Linie. Aber nie gut. Ein Handy draußen, wo es nicht vorankommt. Das ist komplett egal. Schau, wenn du auf dich zukommst, kommst du auf. Wenn du draufkommst, darf ich zu. Egal ob es so ist oder so ist, aber ich mach es zu. Wenn ich das mache, kommst du drauf machen, ich mach es nicht so. Du kannst ja weiterkommen. Wenn ich aber hier und komm, komm okay. Wo ist es?